Hyperam Sprungto aktiviert. Sie kommen. Captain Dexter Smith, vom Erdallianz-Zerstörer Agrippa an Babylon 5 und an alle abtrünnigen Schiffe. Ich fordere Sie auf, keinen Widerstand zu leisten. Wir werden die Station besetzen. Kampfliegerstaat. Das ist die erste und letzte Warnung. Wenn Sie sich nicht ergeben, sind wir gezwungen, das Feuer zu eröffnen. Hier ist Captain John Sheridan von Babylon 5. Sie verstoßen gegen die Verfassung der Erdallianz, indem Sie illegale Befehle ausführen. Aufgrund solcher Befehle haben wir uns für unabhängig erklärt, um die Sicherheit der Station zu gewährleisten. Wir wollen uns auf keinen Kampf einlassen. Aber falls Sie versuchen, die Befehle durchzusetzen, werden wir uns verteidigen. Captain Smith, die Befehle sind illegal, das wissen Sie. Noch können Sie abdrehen. Die Verbindung wurde beendet. Feindliche Kampfflieger befinden sich auf Angriffskurs. Ihre Befehle? Babylon-Kontrolle an alle Kampffliegergeschwader. Für Angriff bereithalten. Aber noch nicht das Feuer eröffnen. Ich wiederhole, nicht das Feuer eröffnen. Die anderen müssen zuerst feuern. Wir werden diesen Kampf nicht beginnen, aber wir werden ihn beenden. Kampfflieger kommen näher. Befinden sich jetzt in Schussweite. Sichtluken schließen, Interzeptoren aktivieren. Noch abwarten. Sie sind ja wahnsinnig, Smith. Sie müssen doch erkennen, dass die Befehle illegal sind. Warum tun Sie das nur? Feindliche Zielerfassung wurde aktiviert. Feuer eröffnet. Alpha-Geschwader in Kampfformation. Delta-Geschwader, feindliche Linie durchstoßen. Verstanden. Feindliche Kampfflieger versuchen uns von der Seite anzugreifen. Fordere Interzeptoren auf langen Strecken Streufeuer einstellen. Bereit. Feuer. Formation Ballball. Volltreffer auf Deck 14 und 15. Außenhülle 20% Schaden. Beheer an den Feind reinbringen. Bina. Bis in seinen Rachen. Invasionskapsel im Anflug. Soldat, wo wird sie landen? Außenhülle direkt über Braun 95. Gary Bali. Ich hab's gehört. Wir sind in der Nähe. Bewegung. Schneller, schneller. Wir müssen sofort nach Braun 95. Schneller. Alle in Position. Wir müssen sie hier aufhalten. Das war wohl nichts. Eine Sektion weiter. Alle rein. Stell uns sofort sicher. Versanden. Vorwärts. Weiter. Weiter. Vorsicht. Untertitelung des ZDF, 2020